Hey zusammen! Glaubt ihr, dass Jesus Christus einerseits der einzige Weg ist und andererseits, dass man eben nur den Weg gehen kann, wenn man sein Geschenk von der Erlösung bewusst annimmt? Wenn ja, glaubt ihr, dass alle in Sünden leben von Anfang an, also dass eigentlich niemand, ohne dass er an Jesus Christus glaubt, kann in den Himmel kommen? Dann, was ist mit Babys, die noch nicht geboren wurden? Und ihr glaubt ja in dem Sinn, dass man sowieso schon in Sünden ist, wenn man in dieser Welt ist. Und im Bauch ist man ja auch schon in dieser Welt in dem Sinn.